Also, ich weiß nicht, ob du jetzt richtig weinst. Lauf doch. Ja, ne? Okay. Ich stehe dir. Ich bin auch richtig schlecht mit so Bekannten. Oder so famous people. Dann sitzen wir morgen immer noch hier. Ist lustig, ja? Drück mal fest. Okay, machen wir Schlickschnack-Schluck, wer die erste Frage stellt. Weißt du, wie es geht? Yay! Joel. Bin ich... Bin ich ein... Mann? Nein. Ich bin bestimmt kein Mann oder Frau. Bin ich ein Sportler oder Sportlerin? Nein. Nein. Nee. Bin ich eine Frau? Oh, ja. Okay. Also, ich bin eine Bekannte, ne? Ja. Sehr bekannt. Bin ich in... Also, bin ich ein Athletin. Also, Athlet ist ja alle Sportler. Ja, ja. Man kann ja auch Schulen und sowas. Ja, genau. Bin ich im Fußballbereich. Das ist doch zu einfach. Bin ich beim DFB? Nein. Ah. Okay. Habe ich mit... Musik zu tun? Ja. Ja? Mhm. Bin ich... Ein Mann? Ja? Ja. Oh, kussig. Bin ich Sänger? Ja. Ja. Haben wir es nie auch so einfach für das gespielt. Ich höre gerne Musik, aber ich kenne nie... Also, ich weiß nie den Interpreten oder Sänger. Das ist ja Mist. Was kann man denn noch fragen? Sänger? Sing ich... Deutsch? Ja. Ja? Ja. Trage ich häufig... ein Käppi? Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie er auszieht. Weißt ihr es? Ja. Ne? Ne? Okay. Also... Also, nicht Marco Astro. Ne. Wer ist das? Ein Sänger. Ein deutscher Sänger. Falsch. Falsch. Also, ich bin eine Frau im Fußballbereich, aber nicht bei dem. Bin ich... Also, ich bin ein Athletin, ne? Also, ich bin sehr aktiv. Also, dann bin ich ein Fußballerin. Mhm. Spiele ich in die Bundesliga? Mhm. Bin ich deutsch? Mhm. Spiele ich bei Wolfsburg? Ja. Bin ich ein Abwehrspielerin? Ja. Hm. Also, spiele ich auch für die Nationalmannschaft? Nein. Oh. Gerade nicht. Deutsch. Sänger. Nicht Marc Forster. Gibt's denn sonst auch als deutschen Sänger? Bestimmt. Ganz viele. Ich höre wirklich gar keine deutsche Musik. Hat der gerade ein bekanntes Lied in den Charts? Was? Muss man eben gucken? Ich weiß es nicht. Weißt ihr's? Also, er hat... Hä? Immer? Ja. Also, er hat schon ein paar bekannte Lieder, ja. Sollte man öfter Radio hören, wenn man Bitter auf kann. Top 10. Ab jetzt hörst du nur Radio. Ähm, was kann man denn noch fragen? Dadurch, dass ich keinen erkenne, ist es echt schwer... Ja, dann kannst du einfach noch einen Versuch machen. Und dann sage ich nein und dann bin ich gut. Habe ich eine Band? Also, bestimmt. Bin ich über 30? Ja. Ja? Ich wusste nicht genau, aber... Ungefähr. Kann ich meinen Telefon-Joker nehmen und meinen Opa anrufen? Es gibt hier keinen Empfang. Ne, das ist falsch. Die Frage... Nein. Habe ich einen Künstlernamen? Ja. Kann ich ein Instrument spielen? Also stehe ich manchmal mit einem Instrument auf der Bühne? Ich glaube nicht. Also... Ich war ein Fullsballerin. Bei Wolfsburg, Aufwärm, gerade nicht bei der Nazio, habe ich dunkle Haare. Ja, schon. Trage ich Nike-Fußballschuhe? Ja. Ich spiele schon länger bei Wolfsburg als erst jetzt Neuzugang. Ja. Also da kann es Katja auf jeden Fall nicht sein. Katja spielt auch in der Nationalmannschaft. Ja, aber sie war jetzt verletzt. Also, wenn ich fit wäre, spiele ich bei der Nazio? Momentan nein. Okay. Ja, dann ist die Frage auch gut. Komme ich aus dem Norden von Deutschland? Wie soll ich das denn wissen? Du kennst nur drei Sänger aus dem Norden aus Deutschland und vier aus dem Süden? Okay. Weißt du... Wenn du von unten irgendwoher kommst, so bayerisch oder so? Also das so bayerische Musik? Ich sicher nicht. Was kann man denn noch fragen? Das ist... Ja, jetzt hast du eigentlich alle Fragen schon. Aber... Und ich habe eine Band. Und bin deutsch. Ja, aber er ist... Der ist Sänger. Bin ich in einer Fernsehsendung, in einer Musiksendung gewesen? Als, keine Ahnung, als in der Jury oder so? Nein. Von unserer Mannschaft. Als Spielerin von der Deutschen. Sie ist deutsch, dunkelhaarig. Länger bei... Ah! Hat sie die Nummer neun? Nein. Dann weiß ich schon. Ich muss es jetzt auch erraten, weil sonst... Weißt du es wirklich? Es gibt keinen... Ich habe keine Fragen mehr, weil ich nicht weiß, was ich fragen soll. Bin ich... Ich weiß auch nicht, was man sonst noch... Fragen kann. Bin ich... DJ Epsi? Nee. Der ist, glaube ich, deutsch, oder? Österreich-Schweiz, keine Ahnung. Okay. Nee, falsch. Okay. Bin ich Jemelle Medemeier? Ja, scheiße! Wer bin ich? Ja, die kenne ich sogar, oder ihn kenne ich. Ja, ich dachte, er ist gut. Ja, aber ich höre keine deutsche Musik. Aber ja, auf den hätte ich... Das ist auch die Einzige, wovon ich Musik höre. Ja, ich bin ein Bildergemmel, aus dem ich. Ich bin ein Bildergemmel, aus dem ich will, Ihr liebt. Ich bin ein Bildergemmel, aus dem ich, wie ich mich für eine Artikel. Ich habe, das ist ein Bildergemmel, aus dem ich es mir rather". Untertitelung des ZDF, 2020